Für mich ist das spannendste am ATA-Beruf tatsächlich die Vorbereitung des Patienten und auch die Kommunikation des Patienten. Für mich ist es spannend, die Medizin dahinter, die ganze Chemie um das zu verstehen. Außer im Krankenhaus bietet natürlich einen sicheren Arbeitsplatz. Der MTA-Beruf ist sehr, sehr vielfältig. Wir sind zuständig für die ganze Bildgebung im Krankenhaus. Wir sind immer die erste Stelle, an die die Patienten kommen, um zu schauen, was überhaupt los ist im Körper. Als Fachlagerist oder Fachlageristin ist man hauptsächlich im Wareneingang tätig. Da werden die Pakete angenommen und kontrolliert und dementsprechend dann an das Krankenhaus versendet. Das Schönste an der Ausbildung ist für mich einfach das große und Ganze. Das heißt, man hat diese kaufmännischen Aspekte gemischt mit den sozialen Aspekten, die ein Krankenhaus nun mal bietet.